Wir sind jetzt bei der Azure Lodge in Queenstown angekommen, haben gerade unsere Villa bezogen und sie ist wunderschön. Vier Nächte werden wir hier bleiben. Olaf genießt schon mal den Blick auf den See. Das ist ein unglaublicher Blick von hier oben. Hier haben wir noch eine kleine Küche. Genau, hier ist das Schlaf- und Esszimmer.